Wer bist du? Mein Liebens-Everdiener Ich sie, dich sie 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von PEGIDA Ich bin niemand Die Fans sind die Seele des Spiels Der Funktionär und der Fan Der Ultra Das macht mich stolz und dankbar Schlampe Ich weiß was denken, über diese Spiele Ich wurde nur für eine Sache großgezogen Das hört sich wunderbar an Das ist populistisch Fehrer sind Fehrer und Fehrer sind besonders Ganz einfach verlösen Jeden Tag das gleiche Muster Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann Feuerzeuge und Papierschlangen geworfen Er war Kampfsportler gewesen Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen Die Fans wollen gehört werden Ich habe immer die Schulde Ich habe immer die Schulde Ich habe immer die Schulde Nichts wird uns im Weg stehen Ein Trainer sei, sei, was passiert im Platz Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet Und das ist nun bei 7 Euro in der Südkopf nicht zu finanzieren Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren Unsere Zukunft beginnt morgen bei Tagesanbruch Wenn wir gemeinsam ins Kapitol marschieren Rommelkaserne Ich werde Der berühmte schwarze Mann Schwarzes Schwein, korruptes Arschloch Direkt ins Gesicht gespuckt Ein Moderator soll auch beschwichtigen Das geht auch aus der Wortschrift sozusagen hervor Was du begonnen hast Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen Struss Struss ist zwei Jahre hier ausgespielt Sein Spiel Ist immer verlassen Was erlaubt Struss Ich habe immer die Schulde Ich habe immer jetzt immer gemacht Immer gemacht Es ist klar, diese Wörter Ich möchte nicht verstehen, was ich gesagt habe Dann Ich möchte nicht verstehen, was ich gesagt habe Ich möchte nicht verstehen, was ich gesagt habe Ich möchte nicht verstehen, was ich gesagt habe Wir leben so much auf der anderen Welt. Es gibt die Plachaplaplapla. Sie sind so gut. Dann fahren wir die Arme aus. Es gibt Geschichten über das, was passiert ist. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. Mit den perfiden Erfindungen der Spielemacher macht er sich ein Sport heraus, um es zu töten. Da hört sich wunderbar an. Da war dann erstmal Licht aus. Das ist ein populistischer Scheiße. Es ist wahr. Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt. Snow muss für das bezahlen, was er getan hat. Ach, Sie gehen mir auf den Sack, ey. Einfach alles. Da hört sich wunderbar an. Als ich den Kabinengang betrat, warfen die Zuschauer Bierflaschen nach mir. Eure Feinstimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und eigentlich müsste sich das doch aber doch regeln lassen. Abonnieren. Eure Feinstimmung, da seid ihr doch nicht zufrieden. Ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen. Und du kleiner Blindenvogel, du darfst auch mitspielen? Hey Schwarzer, du darfst auch mitspielen? Die Leute in der Not, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Die Jedi. Ein Trainerin ist ein Idiot. Du pfeifst hier nie wieder, du voll Idiot. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Hurensohn. Sprach- und Sehstörungen. All das gibt es. Aber wenn du ihn tötest, Gatnes. Wenn du all dem ein Ende setzt. Ist immer Verlässt. Dieser Held im Himbeerfeld. Diese alte, schöne Welt. Die Macht. Heute Nacht. Die kommt aus dem Nichts. Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt. Es geht ein Blablablabla bei Rücken. Wenn man keinerlei Verantwortung hat. Die nur die Wörter, blablablabla. Wer ruft nach dir? Du Arsch, du Wichser, Hurensohn, Missgeburt, Schlampe. Jetzt kommen auch noch die Fans. Also ist... Lass es einfach zu. Was machst du? Ganz einfach verlösen. Geht schnell, ne? Als Zeichen der Demut sieht man Jesigen, Steine, Leuchte und Türschwellen küssen, wenn sie das Allerheiligste betreten. Das ist ein Blablabla bei Rücken. 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 Vielen Dank.